Hallo Leute, weiter geht es bei Conker. Ich habe gerade das Spiel eben schon mal gestartet, um zu sehen, wo ich wieder starten darf, nachdem ich die Konsole ausgemacht habe. Und da ist mir was aufgefallen. Also wir sehen uns jetzt mal Barry an. Pass mal auf. Barry, guck uns mal an. Ich will das von vorne sehen. Ja, man hat es jetzt schon kurz gesehen. Seht ihr das? Also ich meine jetzt nicht ihre Titten. Die Blutspritzer um ihren Mund. Ich weiß nicht, was das genau darstellen soll, aber es sieht schon ein bisschen, naja, verstörend aus. Besonders, dass es immer schuhweise auftaucht. Egal wie ich mich drehe, es kann also nicht irgendwie ein Ansichtsproblem sein, ja? Keine Ahnung. Auch so, sogar so. Bis ganz nach hinten. Macht aber nichts. Wir betreten jetzt die Bank. Hat er da Dynamit in der Tasche gehabt? Sah gerade so aus. Ja, total offensichtlich. Super. Eine Handgranate. Bitte place any metallic objects in the tree. Thank you. Okay, nicht schlecht. Alles klar, es kann losgehen. Wow, wir haben sogar jetzt... Wow. Brauche ich jetzt wirklich diese B-Felder? Wüsste nicht, weshalb. Zeige euch gleich, für was die gut sind. Aber wo sind die Gegner? Wo sind die Gegner? Ich kann doch die auch so erledigen. Wie will ich die so erledigen? Oh, ne, ich mach's doch lieber so. Ah, doch, ich kann... Ah, doch. Wow. Es lässt sich viel geiler zielen, als auf dem Original. Wow, wie geil ist das denn? Nachladen, Conker. Hast du schon, okay. So. Nachladen. Und springen. Bam, 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 bam. Auch das ist irgendwie viel geiler und einfacher gemacht. Na, wollt ihr noch mehr? Okay, Barry. Los geht's. Und? Einen Ultra-Move über die Laserschranken. Einfach nur, damit sie... ...auf der anderen Seite die Laserstrahlen ausmachen kann. Ja. Wäre von der anderen Seite ja nicht möglich gewesen. Nicht mal. Okay, weiter geht's. Ich würde mich eigentlich gerne noch weiter hinten umsehen, aber offensichtlich... Ja, ich werde mir das missgönnen. So, nachladen und... Äh, B-Conker. B-Conker. Ja, ich wollte schon sagen. Bam, jawohl, jawohl. Den auch noch. Wow, Kopfschuss. Der lebt noch. So, jetzt nicht mehr. Nachladen. Ja. Ja. Ahaha. So, nachladen und... Sprung. Wow. Lass meine Deckung in Ruhe, ja. So, da hinten steht noch einer. Und der da. Den hab ich jetzt nicht erwischt. Kacke, aber jetzt. Bam. Bam, bam, jawohl. Ihr könnt gar nichts hier. Ja, nachladen, Conker. Hast du schon. Wow, Vorsicht, Conker. Miuum. Yeah. Und ausgewichen. Zack. Zack. Voll in den Kopf. Ach du Kacke. Äh, Spring, Conker. Schnell. Jawohl, jawohl, jawohl. Getroffen. Und den noch, den noch. Komm, komm. Jawohl. Kein Problem hier. Nachladen. Und springen. Wo sind sie? Da sind sie. Geh nicht in Deckung. Ich treff dich auch so. Ja, hab ich ihn? Jawohl, ich hab ihn erwischt. Hahaha. Ihr könnt mir gar nichts. Noch so ein Typ. Und frisst das hier. Und frisst das hier. Bam. So, die letzte Welle. Die letzte Welle. Wow, der Typ da vorne. Der Typ da vorne. Und der da hinten. Alle erwischt. Alle erwischt. Und so. Noch einer ges... Boah, ein Tier. Spring, Conker. Äh, warum springst du nicht? Jetzt springst du. Okay, kein Moment zu früh. Definitiv nicht. Da ist noch einer. Da, 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 da. Hab ich den nicht erwischt? Doch, oder? Doch, erwischt. Gib's ihm, Barry. Bam. Und erledigt. So, Barry. Jetzt würde ich mich auch gern wieder hier hinten umsehen. Ich möchte mir doch mal hier alles genau ansehen. Elevator. Ja, der Lift ist schön. X-Ray. Was kann man hier sehen? Die Tasche, die nicht mehr da steht. Ja, ja, ja. Ist schön, dass man sich hier hinten umsehen kann, aber... Auch hier. Kein Easter Egg oder irgendwie sonst was. Sehr depper noch ein bisschen was. Lad noch mal nach. Und dann gehen wir weiter, Barry. Bist du bereit? So. Hat Spaß gemacht. Ups, das waren wir nicht. Und weiter. Hm. Gib mir einen Break. Okay, Barry, wenn du meinst. Oh, das war leicht. Gute Arbeit, Barry. Ja, ja, ja. Du hast einen in einem Millionen. Hab' ich gesagt, ein Winch. Ah, Barry. Ich wollte doch dein Outfit nochmal ansehen. Was ist das hier für eine Kugel hier? Jetzt hab' ich nur noch den Knüppel. Ich kann sie nicht zerdeppern. Die Scheiben hier vielleicht noch? Das wär' auch cool. Ne, leider nicht. Schade. Äh, Barry, bist du schon ohne mich losgezogen? Offensichtlich. Ja, da oben wartet sie. Ich komm' nach! Verdammt, ich hab' meinen Schwanz nicht mehr, den ich... Äh, ja. Bin ja schon da, Barry. Well, there you go, Materialist. But you can talk. Anyway. Ah. Ah. Where do I start? Come here, my little beauties. Wow. Ganz viel Geld. Mein Geld. Äh, ich sagte... Mein Geld. Alles Geld einsammeln. Alles Geld einsammeln. Bam. Alles meins. Kurze Zeit später. Hey, Barry, what are you looking at? Conquer, honey. Must end. Ugh. Easy come, easy go. Uh-oh. Who's this guy? Barry? You know who he is? You got me. I don't recognize this guy. I don't recognize this guy. But he was just in stories, like my mom used to tell me to get me to sleep. Looks like he was real after all. The furry panther king. Who are you calling a furry? No. No, I've been, like, furry, I've been ephemeral, like a fable, like a legend, you know, like, sort of, doesn't, doesn't matter. Oh, no, no, doesn't matter, not to anymore, not for you, weasel. Yeah, boss. Right here, boss. Your bounty. Ah, thank you very much. What are we gonna do with him? You leave him to me. So you're not gonna kill him? Not exactly. Step aside, Conker. I know how to deal with men like this. Such loyalty. Misplaced. Get rid of her. The easiest thing in the world. Sorry, dollface. Business is business. Adios. Nein, Barry! Barry! Nein! Oh, kacke! Nein! Ja, jetzt reicht es langsam. What the? Hey, mind we is... Barry? No problem, boss. Boss, you feeling all right? It is a... It is a... ...indigestion... ... ... Wo ist meine Milch, Profesor? Profesor! Oh, Maisha! Wie fühlst du dich? Nicht gut. Je schneller wir diesen Squirrel in place, je schneller ich meine Milch... Es wird besser. Ah, ja, das ist richtig, Maisha! Es wird besser werden. Oh, wirklich? Ah, ja, das ist nicht so gut. Wir sehen uns jetzt, Milch, ja. Ah, das ist... Oh, ja. Das Problem ist, dass wir trinken. Was, Krillel? Ich denke, du kommst mit mir. Was ist da? 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 Ah, ja, das kommt. Nicht sicher, was ist da? Ich denke, du... Ich denke, du kommst mit mir zu sehen. Das ist besser... Ist da? Je bin besser, und ein gearnetter Glut. Der Brief, dir war immer. Ah-ah! Ah-ah! Was lebt er da? What the fuck? Ein Alien kam aus ihm heraus! Ach du Scheisse! Was? Oh nein! Oh ja! Ja, der macht erstmal einen Abgang! Wow! Oh, komm her! Oh, such a beautiful animal! Even though he is about to annihilate you, Skrull! Lift your living family! You cannot help but admire his beauty! His power! His... Poise! He is not a wonderful creature, is he? You are right there? He is not! Just ignore him! Right! I'm f***ed if I'm gonna live in this world and in this castle! So out of debt! I have something known as technology! Take us into orbit! Yeah! No! No! Oh, 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 wolf! Was soll das heissen in der Orbit? Heinrich... Oh nein! Was soll ich jetzt tun? Heine, Kill! Ich habe keine Waffe. Ich habe gar nichts. Hier ist die Tür zu. Da ist Barry. Was kann ich tun? Was kann ich gegen diese Scheiß-Fee tun? Nicht viel an diesem Hebel ziehen und hoffen. Äh, der Hebel-Conker. Warte! Fuck! War das? Leute, das war's für heute mit Conker. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!